Sotlek, eine weitere Navi tauchte auf, um zu helfen. Etua, vom Clan der Aranahe. Ich soll ihren Heimatbaum besuchen. Vielleicht schließen sich uns noch mehr an. Ich habe es schon versucht. Ihr Anführer Katna hat mich quasi herausgeworfen. Er lässt dich nicht leicht umstimmen. Er hat keine Angst vor der RDA? Sie haben ihm bereits großen Kummer gebracht. Er will seinem Volk weiteres Leid ersparen. Und das kann ich verstehen. Die Aranahe sind sich normalerweise einig. Doch der Krieg sorgt für Reibereien. Viele verschließen ihre Augen. Doch eine Salentu könnte ihnen helfen. Und... Doe. So... заг Glesent. Du Fremde! Ich erkenne dich nicht. Welcher Clan? Wie seltsam. Etua möchte, dass ich ihren Vater treffe. Was ist denn das da? Es ist das Zeichen der Sarentu. Doch die Sarentu von einst beschmutzten Ewa nicht mit dem Abfall der Himmelsmenschen. Ich kann nichts dafür. Wir wurden als Kinder geraubt. Sie haben sehr viel geraubt. Du warst lange fort. Und du bist jung. Wurde dein Geist von den Himmelsmenschen verdorben? Oder erinnerst du dich an deinen Clan? Schuh! Senk den Bogen! Scharfer Blick. Typisch Sarentu. Doch dann ist schwer. Heimatbaum soll deine Zuflucht sein. Wir werden dich zum Leuchten bringen. Oder wenigstens deine Kleidung. Hier findest du Spuren deines Volkes. Oh, seine Geschichten fehlen mir sehr. Sie liebten die Seidenerbte. Die duften in Farben. Mayanto. Gatna. Lass mich das arme Sarentukind aufnehmen und unterweisen. Geh. Wir unterhalten uns später. Ich muss nochmal mit Etuahs Vater sprechen. Über den Widerstand. Bald, Mayanto. Er ist unser Oloektan, der Clan-Anführer. Zuerst kümmern wir uns um dich. Selbst ein Angzik würde vor dir die Flucht ergreifen. An deiner Stelle würde ich die Himmelsmenschen nicht erwähnen. Sie bringen nur Ärger. Das mag Gatna nicht. Ich würde dich gerne herausputzen. Wenn du mich lässt. Wir hatten schon so lange keine Sarentu mehr zu Besuch. Dein Volk war so unterhaltsam. Einmal haben sie über das seltene Paarungsritual der riesigen Sakru berichtet. Es kann wohl viele Tage dauern. Doch mehr davon später. Unser Baum kennt viele Geschichten. Hat viel erlebt. Und deine Vorfahren willkommen geheißen. Und kein Sarentu konnte unserem Farbenspiel widerstehen. Sieh dir die Weber an. Agorano, zeig uns deine Arbeit. Prächtige Seide, nicht? Nicht mehr so robust, seit die Kinglor-Blumen geschlossen sind. Aber es gibt nichts Besseres. Stärker als Sakru wolle. Das kann ich dir sagen. Auch wenn die Seswa damit prallen. Korano ist eine Meisterweberin. Sie wird dir gerne helfen. Etwas Ablenkung wäre schön. Ich arbeite schon Stunden daran und bin noch nicht zufrieden. Siehst du, wir haben Zeit für Schönheit und Kunst. Ah, apropos. Du musst dein Herz bluten. Hey, Loon! Du beirrst mich also endlich mit deiner Anwesenheit? Und noch dazu mit einer Sarentu. Aufregend, nicht? Eine weitere verlorene Seele, die du durchs Leben führen kannst. Schätzt dich glücklich, Sarentu. Ach, du und dein Groll. Wenn du schlau bist, lass nicht zu, dass sie dich mit Seide und Farben einwickelt. Wir Aranahe sind Köche. Relun ist leicht reizbar. Aber er ist der beste Koch und das weiß er auch. Und hier, meine Freundin, die Tangi. Nevika, nimmst du die Sarentu schon unter deine Fittiche? Wäre auch keine Schande. Sieh dir diese Kleider an. Erbärmlich. Grob und stachlig, wie Einsiedlerknuspen. Dir fehlt die Anmut deiner Ahnen. Sie hat den Geschmack. Grob und stachlig, so bin ich nun mal. Nun wirst du erstrahlen. Unsere Farben lassen den Regenwald erblassen. Unsere Seide ist gut. Verstärkt mit Sturmbiestleder, damit du nicht gefressen wirst. Oder wenigstens schwer zu schlucken bist. Kann das Kind Pferden lesen? Ich schlage mich ganz gut. Ganz gut? Was halten wir davon? Bist du damit zufrieden, Kind, oder schlägst du dich nur durch? Etu ist Jagen. Er wäre ein guter Lehrer für dich. In der Tat. Wenn du ihn findest, in der Nähe des Wassers gibt es ein Jagdlager. Etu wird dort sein. Aber störe seine Jagd nicht. Das würde er dir übel nehmen. Weiter, Mayantu. Eine respektvolle Jagd zeigt, Katna, dass du alte Wege gehst. Kein Grund zur Eile, mein Kind. Du kannst jetzt gehen, wenn du willst, oder bleiben und die wunderschöne Seidenernte in Ruhe genießen. Die Aranahe gönnen es dir. Die Aranahe gönnen, wenn du nicht verreden kannst, Dann gehen wir nach. Und dann gehen wir nach. Ich, wenn du nicht verreden kannst, du nicht verreden kannst. Und dann gehen wir nach. Wo ist das für ein Esser? Und dann gehen wir nach. Untertitelung des ZDF, 2020